Hallo und herzlich willkommen zu Anaheim, mit dem von den LS15 Aftermarket-Trip abstellen und dieser hier anschmeißen. Jetzt schalten wir hier auf den LS15 und machen so eine Lade ausschalten. Dann stellen wir ihn wieder ein. Dann machen wir hier noch den Rest. Lade, Lade. Dann fangen wir gleich einmal ein, wenn es geht, ein Kehrer. Jetzt haben wir nicht mal ein Kehrer. Dann fangen wir mal an. Dann fangen wir mal an. Dann fangen wir mal an. Dann fangen wir an. Dann fangen wir an. Dann fangen wir mal an. Dann fangen wir uns auch mal an. Dann fangen wir mal an. Um Isabelle rennen народ, dann fangen wir an zu November, um abmw zu spقولen und um noch zu späßen. Und dann fangen wir fest. Ah, gut. Da hinten. Wie gut abziehen bleibt. Getreide liegen hier. Vielleicht noch mal. Uwe. Oh! Oh! Fises the door, the road that I will turn up. Is this the one or the other? I can't see. Oh! I can see. It's very good. I know you can come to us. You can come to us. Ich weiß nicht, ob wir so machen, oder ob wir so mit dabei sind. Und diese Züge können wir dann auch machen. Gucken wir jetzt nochmal. Wir haben hier schon was zu tun. Gibt es glaube ich noch mehr Geld? Die Frage ist, wo kann man hier den Zug hinladen? Vielleicht geht ja um den Schalter. Wo ist hier der Schalter für den Zug? Die Frage ist hier. Los, ich weiß nicht. Ich werde jetzt hier stehen. Sie sind hier. Was ist hier? Na, das ist hier. Naja, hier sieht man es, schon ein bisschen zu laden, okay gut, wir können ja nachher sowieso noch mal, noch mal kleine Rutsche, laden, aber es ist halt schon noch die Frage, ähm, wo ist hier der Fakio-Schrauber da? Nein, diesen Zug nicht, oder können wir doch die Reile nicht fahren lassen, konnte man bei Björn? Nein, hier ist es so, wie ist der Fakio? Ja, hier ist es ein Pätschisch. All right, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020